so ahoi und willkommen zu der nächsten folge von world of warships heute mit dabei ist dark leviathan x von den full metal jacket team ich bin rüber und wir legen gleich los mit ein paar divisions gefechten so ja stufen mäßig was besonderes dann nehme ich siebener die dragon okie dokie dann geht's los zum gefecht ab geht's game on okie dokie jo jo land des feuers ach diese map ist da ok ja ich würde mal sagen ich würde mal so sagen so c c2 oder was sagst du alles gut ich fühl dich schon mal ein bisschen an ja sehe ich ja ja das wusste ich doch das wusste ich doch stehst wieder auf mich ne ich muss auch mal ein bisschen knudeln da kommen schon welche da kommen die hühnerschrecker ja 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 na wo sind die denn eh jetzt sind die alle weg ach da ist einer außer reichweite ja super ja die zuma die zuma die zuma ja ja komm put 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 komm zu papa komm gleich hab ich dich komm ja Ah! Schö! Getroffi. Ah toll, jetzt kommt die Fuji. Super. Brenn Izumo. Brenn. Ich muss mich da verdünnisieren. Mann, oh Mann, oh Mann, ey. Jetzt kommen alle wieder aus den Ecken her. Schön wieder getroffen. Wunderbar. Oh, Backe. Die Scharnhorst ist geil auf mich. Brenn Izumo, Brenn. Aber ich bin gleich platt. Schitte. Das war mir mit. Jetzt sind die alle aufmöglichkeit, ey. Toll. Abdrehen. Ab, ab, ab. Obwohl das nicht nix... Äh, nicht... Bah. Sorry für die Versprecher. Nix nützt. Trotzdem abdrehen. Bang. Weg bin ich. Mann, ey. Naja. So ist das eben. So bin ich mal auf den Collision. Mal gucken, wie es bei denen abgeht hier. Ja. Eine Salbe kann ich nur in euch ab. Aber genug Power. Mach die Scharnhorst platt. Die Scharnhorst ist nicht der Problem. Sondern das, was er hinter ist. Obwohl es noch nicht nix. Naja. Naja. Ja, ja. Ja, ist nicht glatt, ist nur versteckt. Hm. So, ich check mal kurz Chat ab. Mach das. So, bis jetzt nur z... Bis jetzt nur zwei Zuschauer. Keine Kommentare. Okidoki. Dann bin ich... Dann bin ich wieder im Spiel. Ja, geht noch. Hast noch genug Leben. Ja, da ist eine Flätsche in der Wolke. Morgen. Ach ja, sehe ich gerade. Okay. Ja. Ja. Oh, 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 oh. Da geh mal durch. Da hätte ich mich reinfahren dürfen. Ja. Nicht gut. Nicht gut. Ja, ich... Ich brauche nix mehr machen. Ach, shit, ey. Wat is los? Ah, ist nur ne Scharnoost. Ja, hab ich gesehen. Hehehe. Hehehe. Oder zu viert. Das ist echt heftig. Na ja. Es ist klar, dass man da keine Chance hatte. Okay. Ach ja. Wie sieht das punktemäßig aus? Okay. 621 zu 332. Nee. Die Runde haben wir verkackt. Schiffenmäßig. Ja, ja. Würde ich mal auch sagen. Schiffenmäßig sieht auch nicht gut aus. Wir sind unterlegen. Also, ab zum nächsten Gefecht. Ab in den Hafen und zum nächsten Gefecht. Naja. So läuft. Hat eben. Pech gehabt. So. Wat nehmen wir jetzt? Schönes. Hm. Was schönes. Hehehehe. Schlag mal wat vor. Was schönes. Hehehehe. Ich schlag wat vor. Gut. Was brauch ich denn mal. Was schlag ich denn da mal vor. Ich hol mal nen Pyromaden raus. Okidoki. Mal Lust was abzufackeln. Dann. 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 Hm. Doch. Ja. Auch mal wieder. Mit der bisschen. Abgehen. Ashigara. Ashigara. ARP. Also Nebelflotte Ashigara. Ja. Mal schauen. Es ist zwar bisschen. Mit den. Werten. Unter der Dragon. Aber. Ist auf deren Niveau. Kann man sagen. Also. Geht schon klar. Ja. Die Japaner habe ich nicht so oft gebaut. Also. Da. Bin ich. Mehr. Mit den Deutschen unterwegs. So. Wie sieht es aus. A. B. C. Also. Ich würd mal sagen. Was ist das? Aha. I. I. 2. 3. So. Okidoki. Ja. Da. Würde ich mal sagen. Ja. Die anderen tendieren auch so zu A. B. Die. Ist schon richtig. Fick dich selbst. Fick dich. Was. Mami. Ha. Was. Ich hab dich nicht verstanden. Was. böse 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 ach du bist du bist das ich stehe aber auf dich ich stehe die ich gleich dreide hier irgendwas hat mich schon wieder was kommt da die bild er in wat is dat denn ey jetzt kommst du und die bis man nur auf mich drauf ihr wollten flotten dreier glaube ich hier ihr wollten flotten dreier hier ihr säue also wirklich das geht aber gar nicht du die säue wollen hier flotten dreier schieben also das geht überhaupt nicht finde ich dich gut das ist eigentlich auch immer da kommt einer von rechts ein hühnerschrecker sogar zwei was ist schon mal erobert das ist schon mal gut brenn brenn bismarck da ist ja noch ein kürz jetzt habe ich die abgekriegte aber getroffen ach jetzt die bismarck ey na dreh schneller die kanon das ist schon mal wer sich sie sich aber getroffen schön schön die bismar ist verschwunden ja back dir ein eis trip jetzt gibt es kein deckungsfeuer bin zu weit weg schon jungen Na, was ist los hier? Wo seid ihr alle? Alle außer Reichweite, ey. Oh, da ist der Zerstörer wieder. Schade, ey. Ich habe gehofft, das wäre jetzt meiner. Naja. Hm. So. Na. Komm, New Mexico kriege ich dich oder nicht? Komm, komm, komm. Ja. Ins Ziel bekommen, aber ob es trifft, werden wir sehen. Nö. Doch nicht. Jetzt aber, oder? Das Gegnerische Team hat die Führung übernommen. Feuer auf festgelegtes Ziel konzentrieren. Boah, nicht getroffen, ey. Was? Ja, schön. Jetzt aber. Jetzt kriegt die New Mexico ein App, ey. Habst du noch mal angesteckt. Schön. Supi. Wir fahren denen jetzt nicht nach. Wir fahren jetzt rechts nach B. Jo. Wir fahren jetzt nach B. Jo. Wir fahren jetzt nach B. Jo. Wir fahren jetzt nach B. Bitte. Wir fahren jetzt nach B. Wir fahren jetzt. Wir fahren jetzt mal. Wir fahren jetzt nach B. Und ich bin noch mal. Ja. 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 Jo. Ja. 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 die trip jetzt kommt in meine reichweite kommt kuck 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 ja dort bis jetzt kommen ja glück gehabt scheiße trip jetzt verfehlt ja 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 gerade so schön dabei gewesen und dann ist die runde vorbei habe jetzt nicht so drauf geachtet schütte schütte naja ab zum nächsten gefecht ward machen wir jetzt für stufen tja 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 vielleicht haben die zuschauer irgendeinen wunsch nee bis jetzt nicht vier zuschauer ja willkommen und viel spaß beim zuschauen an alle neuen zuschauer so ich bin wieder im spiel ja ok kein ding welche stufe ok hast du schon 7 ok ich nehme wieder die dragon so ab geht's die nachbarn map nachbarn was für name für eine map nachbarn naja also ich tendiere bei dieser map immer wieder zu c aber da wir ja so weit außen sind würde ich mal sagen a dann müssen wir mal zu a ja 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 naja kein hühnerschrecker da zur zeit naja L1 b ist voranznehmer ja ja seh ich ja 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 Also B und C ist langsam erobert. Tja, ich hoffe, bei C können sie noch etwas ändern, das ist knapp. Ja, ja. Weil haben wir nämlich zwei Zerstörungen. Ja. Ja. Ich glaube, die schenken uns A. Mh, warten. Mh. Ah, da kommt schon einer. Die Hut, die Hut kommt. Schön getroffen. Oh, 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 oh. Da kommt die Atlanta, ey. Shitter. Shitter, shitter. Jo. Komm, ladenach, Mann. Schneller. Oh, Collegiate ist weg. Komm, ladenach, wir schicken uns A. Ja, ich hab doch gesagt, wir müssen da durch. Warum, wo ist denn? Ha, 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 ha. Hab die Atlanta mitgenommen. Ja, super, dass du abgedreht hast. Und mir, dass du auch mitgeteilt hast. Ja, ich hab die Atlanta mitgenommen. Ja, wieso? Du musst ja nicht, äh, du sollst ja nicht so weit vorfahren. Nicht da. Du musst dich immer zurückhalten. Ja, sorry, ist passiert eben. Aber war die Atlanta mitgenommen. Ich hoffe, da ist noch ein Pest. Ja, ja, seh ich. Und danke, danke. Ach, shit, ey. Scheiß, scheiß Felsen. Wieder auf den Felsen geballert, ey. Na, komm schon, ladenach. Abdrehen, abdrehen. Na, toll, jetzt krieg ich die alle ab, ey. Jo, muss doch bei seiner Kind in Fahrt und Geduld haben. Bust. Ja. Ja, toll. Jetzt hat der... Jetzt hat die Shit-Shit-Tripids mir den Weg versperrt. Also sozusagen leicht blockiert. Und ich wurde abgeballert, ey. Maa. Das ist doch wieder schön. Na ja. Ich bin wie gesagt für heute raus. Ja, kein Ding. Kein Ding. Weil immer müde Zacken kriegst. Ja, richtig. Kein Problem. Dann... Ja, gleichfalls. Wollte ich auch gerade sagen. Schönen Abend noch. Gute Nacht. Ja. 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 Tschau. So, Kollege ist weg. alles klar wir zocken noch ein paar runden hier aber nach dieser runde da wir ja aus der division raus sind können wir ja gewertete gefechte spielen in der division geht leider nicht keine ahnung wieso auch nicht bei word of tanks geht das dass man in der division verschiedene modus spiele spielen können hier aber nicht deswegen nach dieser runde spielen wir mal wieder gewertete gefechte mal abwarten was sich hier noch so ergibt sieht ja noch einigermaßen gut aus werden wir mal schauen punktemäßig naja nicht besonders aber kann sich ja noch wechseln ja 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 kann sich alles noch ändern schauen wir mal oh ne 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 hat die haben schon fast an die 700 das also dieser runde wird nichts mehr fl刀 irgendwas geloration nie ne 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 ja schiffe mäßig sind wir unterlegen punktemäßig auch also ich glaube kaum dass wir noch hier die runde gewinnen ... ... ... Vielen Dank. Vielen Dank. Ballert der nicht rum oder was ist los? Bäm und wieder einer von unserem Team weg. Wieder einer von dem Team weg. Die Bismarck hat einen abgekriegt. Schön, schön. Ja, ist ja schön. Er ist ja voll ins Kreuzfeuer geraten. Mann, Mann, Mann. Okay. 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 Ich treffe jetzt gegen Jörg und Itsumo Er gegen Itsumo, ok Und jetzt kommt noch Thilyo, äh, Looyang Dabei Looyang Schön getroffen Tripits noch dabei Kriegt aber jetzt von allen Necken was ab So ist der Leider So ist der Leider So ist der Leider Ja, wenn es euch bis jetzt gefallen hat Lasst mir einen Daumen hoch Feedback in den Kommentaren Und über ein Abo würde ich mich auch freuen So Leider eine Niederlage Wie gesagt Da sie eine eine Division Nicht geht Gewertete Gefecht zu spielen Und da der Teamkamerad Raus ist für heute Werden wir Ein oder zwei gewertete Gefechte Spielen Also Ich nehme diesmal Bei Bei den Gerätengefechten Geht ja nur Stufe 6 Werde ich jetzt Bad Johnny nehmen So So Kurz mal die Aufrüstung Schauen Soweit ist alles ok Oh Schön Stufe 2 verfügbar Supi Okidok Wie sieht das mit der Tarnung aus Auch gut Ok So Dann legen wir mal kurz Beziehungsweise Ich wollte sagen Ich bin kurz EFG Und dann legen wir Gleich mit Gewerteten Gefechten Los Auf Set Deine Gefahren schnell Schramms Schramms Schramm Schramm So, bin wieder da. Also los geht's. Zum Gefecht. Gefährdete Gefechte. Zum Gefecht. 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 das ist schon mal gut da bin ich nicht allein ich bin nicht allein Oh, da ist schon mal ein Hühnerschrecker da, leider außer Reichweite. So, komm drisch schneller, ja. Oh, jetzt kriege ich einen ab, jetzt kriege ich einen ab. Shit. Und da kommt die Colorado auch noch. Ich bin weg, 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 weg. Muss weg. Ich bin weg. Brenn, Colorado. Brenn. Brenn, ne Sau. Brenn. 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 Ja, wie beim Autoverkehr. vorausschauend schießen weg ist sie schön immer vorausschauend so der nächste kollege ich mach mal den ich mach mal den aufklärungsflugzeug an leider alle außer reichweite trotz dessen hier die bayern ich hoffe die treffe ich ja 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 nein so mal jetzt vielleicht auch nicht schitte aber jetzt ja da muss man sich bisschen ein bisschen ein pendeln schön und noch mal ja 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 brenn bayern brenn ach shit hat einer meine Zitadele erwischt ey super naja alles nur grün wo sind die roten neum méxico ist ein brenn So, ich check mal kurz den Chat ab, hat sich bis jetzt nix getan, ok. 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 Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Ich habe wieder ins Krutzfeier geladen, die Wardspire, äh Wardspite. Jetzt kriegt ihr auch von allen Seiten her. Okay. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Toll, jetzt kommt die New Mexico noch dazu. Nö, 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 nö. Ich bin jetzt diese Runde auch verloren, leider. Tja, so läuft hat eben. Das Gegner, das ist ja, das ist ja, das ist ja, das ist ja, das ist ja... Ja. Das Gegner, das ist ja, das ist ja, das ist ja, das ist ja... Mist, ne, die Runde ist vorbei, also das kriegen wir nicht mehr gebacken, glaub ich, oder? Oh, 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 oh. Dreh ab New Mexico. Nee. Dat wars. Ich hab noch ne Hoffnung gehabt, ne kleine. das ist jetzt noch klappt aber glaube ich nicht mehr das gegnerische team steht kurz vor dem sieg ne punkt der mäßig klappt das nicht mehr vorbei so ist es leider so ein container schön 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 mal kurz aufmachen ok 50.000 und zweimal signale dazu da packen wir mal schon mal die signale und wir drehen wieder mal noch mal eine runde gewertete gefecht das letzte für heute und ja wir sehen uns dann wieder morgen bei world of warships aber da kommt noch ein schluss fort bis dahin ab zum nächsten gefecht so 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 meiner meinung nach schippern die alle wieder zu a ich pfeift drauf ich schippe zu b a ist mir jetzt viel zu offen so 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 alles ich fahr zu b ist mir egal und was die anderen da denken also schließen sie schon mal welche an schön schön freut mich shit egal möglicherweise habe ich mich getäuscht trotzdem es Missed. Oh, Backe. Oh, Backe. Ja, sorry, sorry, sorry. Aber ich muss ja auch wegkommen. Brenn, brenn, Grafspiel, brenn. Oh, Mist. Ah, das war nix. Shit. Schade, ey. Echt schade. Na ja, so läuft das eben. Man kann ja nicht immer gewinnen. Das gegnerische Team hat die Führung übernommen. Senia 999. Ja. Bismarck ist gut. Finde ich auch. Mein Schiff ist Bad Gianni. Also, war, beziehungsweise. Kommst ein bisschen spät, weil ich gleich den Livestream abschließe. Ja, ertrunken, leider. Oh, die Runde ist schon vorbei. Ach, wisst ihr was, Leute? Da ja so ein Mist war jetzt, mache ich noch eine Runde. Aber jetzt die letzte für heute. Und wieder mit Bad Gianni. So, wenn es euch bis jetzt gefallen hat, lasst mir einen Daumen hoch da, Feedback bei den Kommentaren und über ein Abo würde ich mich auch freuen. Also, ab zum nächsten Gefecht. Also, ich tippe mal auf B, aber die fahren alle zu A bestimmt. So, wie ich das kenne von dieser Map. Wenn wir mal gleich sehen. Drei, zwei, eins. Und? Wo wollt ihr hin? Na, kommt nix. Aber die drehen schon zu A. Ja, wollt ich schon sagen. Ja. Habe ich mir schon gedacht. Das war mir klar. Mittlerweile kenne ich das Game schon so gut, dass ich weiß, wo die hinwollen. Ich schließe mich an. Ist okay. Okay. Und? Also Senya 999. bad johnny ist ein russisches schiff aus russland stufe 6 da muss immer drauf gucken schwelle 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 Vielen Dank. Es ist auch eigentlich gut, aber Johnny ist gut. Also bis jetzt finde ich den gut. Oh, jetzt kommen die alle auf mich zu. Ach, Mann, oh. Und den Jäger ablassen. Oh, shit. Oh, shit. Die habe ich nicht kommen sehen. Ach, verdammt. Das war nicht gut. Nicht gut. Tja, Pech. So läuft das eben. Alle Stationen. Feuer auf das Ziel konzentrieren. Oh, shit. 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 Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. So, die Torpedobomber hier, die kriegen einen ab. Wir setzen gerade zur Landung an. Und hier kommen die Bomber. Die werden auch gleich zur Landung ansetzen, so wie es aussieht. Schön erwischt. So, und ab zur Landung. Oh. Und Runde wieder vorbei. Schön, schön. Na gut. Leider eine Niederlage. So, liebe Zuschauer. So, das war's für heute. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Und wie schon gesagt, wenn es euch gefallen hat, bis jetzt, lasst mir einen Daumen hoch da. Ein Feedback bei den Kommentaren. Und über ein Abo würde ich mich auch freuen. So, dann sag ich mal, bis demnächst. Haut rein. Wir sehen uns. Tschüssi. Tschüssi. Sie schau. Weheb. Ich bin. So, Entsteins. So, ein Abo. Vielen Dank.